Ohne Mobilfunk geht in Unternehmen heute fast nichts mehr. Und da sind wir auch schon wieder beim Blockbuster-Thema 5G. Was der neuste Mobilfunkstandard kann und tut für kleinere, mittlere, aber auch für große Unternehmen, klären wir heute. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Telekom-Netz-Podcast. 5G gilt für Unternehmen als das Rückgrat der Digitalisierung. 5G eröffnet neue Perspektiven für innovative Anwendungen, die in vielen Firmengebäuden, Werkshallen und auch Logistikzentren bereits zum Einsatz kommen. Und dazu stellen wir euch vier spannende Anwendungen heute vor. Georg kennt diese Orte, er war mit vor Ort, wo wir, nämlich die Telekom, bereits spezielle Mobilfunknetze für Unternehmen, sogenannte Campusnetze, aufgebaut hat. Herzlich willkommen. Lass mich vorab aber kurz erklären, was es mit den erwähnten Campusnetzwerken auf sich hat. Das sind geschlossene Mobilfunknetze. Ihre Reichweite wird auf ein Firmengelände begrenzt. Es steht den Unternehmen sozusagen exklusiv nur für ihre Anwendungen zur Verfügung. Solche Campusnetzwerke betreibt die Telekom unter anderem am Hamburger Hafen und am Universitätsklinikum Bonn. Auf diese beiden Beispiele werden wir hier näher eingehen. Mit anderen Worten heißt das, weil diese Campusnetze von außen nicht zugänglich sind, erfüllen sie natürlich die hohen Sicherheitsanforderungen im betrieblichen und geschäftlichen Umfeld. Oft werden an den Firmenstandorten das geschlossene lokale Mobilfunknetz und das öffentliche Netz parallel bereitgestellt. Bleibt die Frage, was Unternehmen noch für Vorteile von 5G haben? Mit Blick auf 5G fällt die Antwort da aber leicht. Da greifen dieselben Vorteile wie bei unserem öffentlichen 5G-Netz. Noch nie gab es nämlich im Mobilfunk so hohe Datenraten und Übertragungskapazitäten. In Unternehmensanwendungen geht es häufig um Millisekunden. Für zuverlässige und zügige Arbeitsabläufe nämlich müssen in einem hochautomatisierten und drahtlos vernetzten Unternehmen die Latenzen, also die Antwortzeiten der Computer immer so gering sein, dass Roboter jederzeit genau das machen, was sie sollen. Also sie sollen funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Übrigens werden wir bis Ende 2021 90 Prozent der Deutschen mit 5G erreichen. Genau, das ist unser Ziel bis zum Jahresende. Geringe Latenzen sind ja nur eine Stärke des neuen Mobilfunks. 5G wurde auch für eine komplett vernetzte Welt erdacht. Im Internet der Dinge können über 5G-Netze pro Quadratkilometer bis zu einer Million Geräte drahtlos verbunden werden. Zum Vergleich, LTE erreicht auf derselben Fläche nur eine Verbindungsdichte von 10.000 Geräten. Also nochmal gegenübergestellt, eine Million Geräte bei 5G und 10.000 bei LTE. Das ist wirklich gigantisch. Auch das Universitätsklinikum Bonn ist von den Vorteilen der 5G-Technologie überzeugt. Dort werden jährlich 400.000 Patientinnen und Patienten behandelt. Darunter besonders viele schwere Fälle, die von mehreren Fachabteilungen betreut werden müssen. Erstes Ziel war, den behandelnden Ärztinnen und Ärzten die Untersuchungsergebnisse direkter und viel schneller als bisher bereitzustellen. Dazu hören wir Prof. Dr. Ulrike Attenberger, Direktorin der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie an der Uniklinik Bonn. Ich bin Radiologin, bin wissenschaftlich und auch klinisch tätig und bin jetzt eben seit eineinhalb Jahren Direktorin am Universitätsklinikum Bonn, leite dort die Radiologie. Und mein ganz besonderes Interesse ist es, Digitalisierung und moderne Technologien zur Verbesserung unseres Arbeitsalltags und zur Verbesserung der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten praktisch in die Klinik oder salopp gesagt auf die Straße zu bringen. Wir machen die Diagnoseprozesse noch schneller. Wir sind ja ein universitärer Campus und meine Klinik, nur jetzt als Beispiel, ist über den kompletten Campus verteilt. Das heißt, ich brauche mit meinem Dienstfahrer zum Teil fünf bis zehn Minuten von einem Standort zum nächsten. Und mit der 5G-Technologie können wir einfach großvolumige Daten ganz schnell auf mobile Endgeräte transportieren und haben die Info immer sofort mit dabei. Bei Notfällen kommt es auf jede Sekunde an. Deshalb werden den Fachabteilungen auch die großen Datenmengen aus dem Computertomografen oder dem Magnetresonanztomografen direkt im Anschluss an die Untersuchung zur Bewertung auf Tablets übertragen. Die Telekom hat dazu in den Bonner Klinikgebäuden eine 5G-Inhouse-Anlage installiert mit Datenraten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Später soll auch die Patientenaufnahme und die Erstellung der Therapiepläne digitalisiert werden. Dazu noch einmal Frau Professor Attenberger. Sie müssen sich dann vorstellen, der Hubschrauber landet auf dem Dach des Notfallzentrums, Patient geht sofort in den Schockraum, wird dann da erst versorgt, stabilisiert und kriegt dann sofort dort eine Computertomographie. Das ist so der erste Schritt in der Notfallversorgung, wo man dann eben schauen kann, sind große Gefäße verletzt oder wo ist praktisch auch der Haupttraumaort. Und dann kann es eben sein, dass das Schockraumteam, was da vor Ort ist, Fragen hat an Experten, die vielleicht gerade an einer anderen Stelle auf dem Campus eingesetzt sind, sich da eine Zweitmeinung einholen wollen, was dann weitere therapeutische Schritte angeht. Und wenn Sie praktisch die Daten jederzeit von jedem Punkt auf dem Campus auch empfangen können, auch über mobile Endgeräte und Sie nicht erst zu einer festen Arbeitsstation sich bewegen müssen, sich da einloggen müssen, sich die Daten holen müssen, auf die Bilder ganz konkret gucken müssen, können Sie natürlich von überall Ihre Meinung oder Einschätzung mit dazugeben. Und dadurch wird einfach die Schnelligkeit in der Versorgung des Patienten, der wirklich lebensbedrohlich verletzt ist, einfach nochmal erhöht. Und die Uniklinik Bonn hat noch ehrgeizigere Pläne. In Zukunft könnten die Therapieverfahren vorab an virtuellen Zwillingspatienten erprobt und somit künstlicher Intelligenz die Patientenversorgung optimiert werden. Bei unserem nächsten Beispiel bleiben wir im Gesundheitswesen, wechseln aber von Bonn nach Siegen. Dort wurde nämlich getestet, wie zuverlässig und wie schnell Drohnen Laborproben von dem örtlichen Kinderkrankenhaus in das 2,5 Kilometer entfernte zentrale Labor des Kreisklinikums transportieren können. Die Piloten steuern die unbemannten Fluggeräte dabei aus einem zentralen Leitstand. Die Navigation entlang der Flugstrecke erfolgt ohne Sichtverbindung, aber keineswegs im Blindflug. Denn die Drohnen haben Kameras an Bord, die über das Campus-Netzwerk Live-Bilder zum Leitstand übertragen und den Piloten in der Zentrale die Fernsteuerung erleichtern. Alle Achtung! Bei Anwendungen wie der Drohnensteuerung ohne Sichtkontakt kann 5G seine Vorzüge voll ausspielen. Gefragt sind auch hier kurze Verzögerungszeiten, hohe Übertragungsraten und eine nahtlose Netzabdeckung auf der gesamten Flugstrecke. Das gilt im Übrigen auch für den Hamburger Hafen, wo eine Drohnenflotte Inspektionsflüge durchführt. Ganz genau. Das ist ein großes Thema in Hamburg. In Hamburg behalten nämlich die zentral gesteuerten Industriedrohnen im Hafen ein 3 Quadratkilometer großes Areal mit mehreren Container-Terminals im Auge. Und das jederzeit. Über einen einzigen Leitstand können bis zu 100 solcher Fluggeräte die Kräne, Verlademaschinen und die Verkehrsflächen auf dem Hafengelände aus der Luft überprüfen. Normalerweise erfordert diese Aufgabe bislang zeitraubende Rundgänge von Menschen und den nicht ungefährlichen Einsatz von Industriekletterern und Kletterinnen. Und die Drohnen übertragen zudem auch noch Sensor- und Schlugdaten und können wie ihre Drohnenkollegen in Siegen auch Dokumente oder kleine Pakete per Luftpost ausliefern. Das Gute an Mobilfunk ist ja, dass die Verbindung gehalten wird. Auch während man sich von Ort A nach Ort B und vielleicht sogar nach Ort C bewegt. Das ist das sogenannte Handover. Auf großen Firmengeländen ist somit gewährleistet, dass die Funkverbindung nicht abreißt. Das ist etwas, was WLAN nämlich nicht leisten kann. Auch das spielte natürlich eine Rolle für die Hamburger Hafengesellschaft und half, sich für die ausfallsichere Fernsteuerung der Drohnen via Mobilfunk der Telekom zu entscheiden. Gut, dass du die Unterschiede zwischen Mobilfunk und WLAN mal kurz angesprochen hast. Die Frage WLAN oder 5G stellen sich natürlich viele Unternehmen bei der Planung ihrer Anwendungsszenarien. Aber mal was anderes. Was hältst du davon, wenn wir die Arbeitswelt kurz verlassen und wir uns einer beliebten Freizeitbeschäftigung widmen? Was könnte das sein, Georg? Fußball schauen. Ich hab's doch gewusst, dass du es weißt. Also, bevor wir es uns gemütlich machen auf dem Sofa, müssen die Live-Spiele und Sport-Events ja erst einmal übertragen werden. Und ganz vorne dabei ist die Sport-Total-AG in Köln. Sie nutzt eine 180-Grad-Kamera, die das Spielgeschehen auf dem Platz mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz verfolgt. Zusätzlich sind die Kameras noch bestückt mit einem 5G-Modul von uns, von der Telekom. Damit senden diese Kameras die Live-Bilder direkt vom Spiel in hoher Qualität über die Magenta-TV-Plattform direkt zu den Zuschauern. Regionalligisten wie der Bonner SC und weitere Vereine, auch aus anderen Sportarten wie American Football, Basketball oder Eishockey, haben so schon Heimspiele über Sport-Total-TV übertragen. Finde ich gut, dann können die Fans ihrem Verein nämlich auch dann folgen, wenn ein Stadionbesuch mal nicht möglich ist. Aber lass mich nochmal zurückkommen auf die technischen Vorzüge von 5G-Campus-Netzen. Im Unterschied zum öffentlichen Netz, das sich von Kiel bis Berchtesgaden und von Düsseldorf bis Cottbus erstreckt, können in den vergleichsweise kleinen und lokal begrenzten Mobilfunknetzen der Unternehmen schon heute die 5G-Technologien der nächsten Evolutionsstufe eingesetzt werden. Dazu gehört auch, dass Campus-Netze bereits im sogenannten Standalone-Modus arbeiten können. Standalone nutzt auch im Kernnetz nämlich 5G-Technik und macht den Mobilfunk damit noch einmal deutlich leistungsfähiger und auch flexibler. Beispiel ist auch zum Beispiel das sogenannte Networks-Licing. Damit kann das 5G-Netz optimal auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten werden. Oder eine andere Leistungsspezifikation von 5G ist das Edge-Computing. Damit wird zusätzliche Rechenleistung direkt an die Antenne gebracht. Damit sind dann Verzögerungszeiten der Rechner unter 10 Millisekunden schon heute erreichbar, direkt in der Fertigungshalle. Das ist genau das, was Unternehmen brauchen. Ganz genau. Maßgeschneiderte Mobilfunknetze. Das klingt aus Anwender-Sicht wirklich extrem vielversprechend. Insofern geben die 5G-Campus-Netzwerke heute schon einen spannenden Ausblick auf das, was wir in Zukunft auch im öffentlichen Mobilfunk sehen werden. Und die Entwicklung geht immer weiter. Wir bleiben natürlich dran mit euch gemeinsam. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig. Und wie immer könnt ihr uns eure Fragen und Anregungen gerne unter podcast.telekom.de schicken. Wir beantworten das dann auch. Macht's gut und bis bald. Macht's gut und bis bald. Dasannwerke. Okay. Vielen Dank.